Und als allererste tritt für uns die Familie Kokoschi aus Berzel auf. Wir machen unser Programm vor, dass die Kapellen zweimal auftreten, damit er ein bisschen locker geht. Ich darf dann die Mitglieder der Kapelle vorstellen. Wiederschön, also Jochef Kokoschi, der ist der Vater. Ich meine, das ist schon zu kurz. Esther Kokoschi, das ist eine Doktor, 20 Jahre aus der Kapelle. Die N. Kokoschi mit 17 Jahren, ebenfalls seine Doktor aus der Kapelle. Bernardo Seidel, Cousine mit Klarimette. Robert Durczek, Neffe auf dem Fahrzeug. Wolfgang Kokoschi, ebenfalls Neffe Duba. Bein Kokoschi, ebenfalls Neffe Duba, 17 Jahre. Wolfgang Kokoschi, 21 Jahre alt. Wolfgang Kokoschi, ebenfalls Enkelsohn Trompete. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.